Wie geht's Ihnen? Ich bin 37 und Hausmeister. Was glaubst du, wie es mir geht? Es ist völlig in Ordnung, Hausmeister zu sein. Wirklich? Danke. Du hast mein Leben verändert. Ich muss unbedingt meiner Hausmeisterfrau und meinen Hausmeisterkindern sagen, dass das Leben einen Sinn hat, weil mir das nämlich mein Held gesagt hat. Dr. Furt's Gesicht. Dr. Nullnummer. Nein, im Ernst, du kannst uns jederzeit in unserem Wohnwagen besuchen und uns das Leben schönreden.